Wir bereisen die ganze Welt auf der Suche nach etwas. Nach Geschichten, die uns bewegen. Menschen, die uns inspirieren. Mit denen wir lachen können und schweigen. Nach Orten, an denen wir ankommen und uns niederlassen können. Nach Momenten, die nur uns gehören. Und manchmal finden wir es dort, wo wir es nie gesucht haben. Daheim. Allgäu. Mehr Freiraum.